dann fahren wir da rein mal schauen ob jetzt die goldenen Steine auch da sind ja einen goldenen Stein haben wir damit nämlich auch schon gefunden aus dieser Welt diese Welt wird keine leichte sein diese Welt wird steinig und schwer nicht mit vielen wirst du dir einig sein und Xavier Nye du singt immer so ja 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 und da unten ist das letzte der 10 Energiekristalle die wir benötigen um unser Schiff wieder aufzuladen deshalb sliden wir hier so mega cool an der Wand entlang yes und bringen diese zurück zum Labor wow 1, 2, 3, 4, 5 alle sind da gut gemacht darauf etwas Amun Tee Granatapfel mit irgendwas anderem ich hab's vergessen verdammt ich bin vergesslich tatsächlich geschafft ich glaube jetzt kann ich den Raumgleiter in 0,0 aufladen cool vielen Dank Doktor hier Lego Sucks nimm diesen Autobonus zum Dank ja wer bedankt sich denn jetzt für was wir nehmen wieder Leistung wir machen es diesmal schnell bam bam babadam so und jetzt sammeln wir die anderen zwei Lego güldenden Lego Steinchen ein und zeigen euch dass der Doktor trotzdem es nicht schafft in 0,0 nix alles fertig zu machen warum gähne ich so viel ich hab doch ich hab heute wie viel hab ich gepennt ich hab ich bin um 23 Uhr ins Bett gegangen weil gestern wow wo häng ich denn jetzt fest weil gestern hatte meine Mutter Geburtstag und deshalb sind wir zum Asiaten gegangen haben dort im Buffet gegessen und da hab ich mich ordentlich vollfressen lassen hab ich mich ordentlich vollgefressen und deshalb war ich schon recht früh so müde dass ich dann auch äh gesagt hab äh Leute ich geh schon um 23 Uhr pennen naja und dann hab ich gepennt gepennt und plötzlich war es 11 Uhr ich hab also knapp einen halben Tag verpennt äh lämpelämpelämpelä so wir wollten ja jetzt uns um die anderen zwei Steinchen kümmern momentan haben wir 14 da hinten seht ihr es schon wunderbar leuchten auf geht's das kriegen wir hin Juhu, wap So Schön Und jetzt Suchen wir nur noch eben den letzten Ich hab gerade wieder mal keine Ahnung Wo der letzte Stein ist Aber ich weiß, dass ich ihn hier auch schon Gefunden habe Schauen wir hier einfach mal Wieder nach Ist er vielleicht hier hinter Boah, keine Haftung Wir übernehmen keine Haftung für ihren Fahrstil Tja Ich finde das mit den Fahnen toll Yay Badam, bam Badam, 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 bam Fliegen wir mal nach oben, um einen kleinen Überblick zu bekommen Denn die da unten sind mir zu viel am brabbeln Äh, ja Da, 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 da Da unten ist es Da unten ist es Da unten ist es Juhu Und Mann, das ist schon wieder nicht da Das ist doof Denkt euch einfach den Sound Ihr wisst, wie sich das Teil anhört Der Sound Ja Und das hat nicht gepasst Übrigens habe ich euch ja noch nicht gezeigt, wie es aussieht, wenn man einen Gegner zerschießt oder wenn man das Fahrzeug verliert. Das zeige ich euch beim nächsten Rennen, weil jetzt geht es erst um das Bonusspielchen. Und das Bonusspielchen, wie gesagt, werdet ihr sehen, der Doc ist nicht so gut, wie er von sich selbst behauptet, dass er es in Nullkommanichts hinkriegt. Jo, wunderbar. Und ich häng schon wieder fest, Mann, mit dem Kabel von meinem tollen Headset. Creative Fatality Gaming Headset. Ich habe das Teil relativ günstig im Internet gekriegt, das waren nur knapp 23 Euro. Niegel, Nagel, neu. Echt schnieke und echt toll. Da bist du ja wieder, Lego Sarks. Hallo, Doc. Hast du den Raumgleiter schon aufgeladen? Es ist derselbe Fehler, als ich beim letzten Mal das vorgelesen habe. Leider nein. Scheint so, als wenn ich zu schlecht wäre. Ja, gut. Nee, er braucht mehr Kristalle, ist seine Ausrede. Als ob. Es sind nämlich genau nochmal 10 Kristalle. Er hat die Kristalle bestimmt kaputt gemacht. Toller Doktor. Wir sammeln alles schnieke ein und... Oh, scheiße, scheiße. Äh, okay, wir haben die zwei aber noch. Okay, ich hatte jetzt erstmal so dicke Angst, dass wir die dadurch verlieren und dass sie dann in der Lava sind und dass wir nicht mehr dran können. Das ist natürlich aufmunternd. Badadadadadada. Boah, wir haben keine Haftung, das merke ich jetzt wieder total. Und ab, 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 ab. Schön. Dann haben wir jetzt schon mal 5. So, 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 so. Hoch, 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 hoch. So, so, um sicher zu gehen, dass wir nicht in die Lava knallen. Ja, 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 hopp. Ich hätte die Steine, die gelben Steine vielleicht doch andersrum drehen sollen. Aber egal, weiter geht's. Wir haben noch... Ah, Regenbogen-Lego-Steine-Figuren. Bäh. Ja, komm, haltet die Backen. Zip, dip, 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 dip. Dann sammeln wir hier jetzt die letzten ein. Wie der seine Haftung verliert. Die Bodenhaftung. Aber als Raumgleiter kann man noch nicht von Bodenhaftung reden. Das meine ich. Die stupsen uns an. Und wollen, dass wir die... Ah, jetzt lenkt doch mal richtig. Meine Güte. Zack. Und weiter geht's. So, 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 so. Hier rechts. Es gibt nämlich noch... etwas mehr als anderthalb Minuten, damit wir die letzten beiden einsammeln können. So. Und dann müssen wir wieder... hier rüberfliegen. Schweben. Ach ja. Man sieht auch den schönen Himmel. Schön pixelig, wie es sich gehört. Für ein Spiel aus dieser Zeit. Und es ruckelt, es ruckelt. Und wir fliegen hoch. Holla. Okay. Das haben wir geschafft. Wir haben noch knapp eine Minute übrig. Und liefern es ab. Zack, zack, zack. Fertig. Gut gemacht. Damit kriegen wir wieder ein weiteres Upgrade. Und... Ja, wow. Du hast es tatsächlich geschafft. So. Nochmal Leistung. Leistung, Leistung. Geschwindigkeit, Geschwindigkeit. Weil dann haben wir... So mache ich das aber total unspannend. Weil so fahre ich einfach... Äh... Voraus. Egal. Wir haben alle Steinchen eingesammelt. Wir haben zwei Bonus-Spiele geschafft. Zzzzzz... Da. Eins, zwei, drei. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.